Hallo, heute machen wir eine Blind-Schminken-Challenge und die war ja eigentlich schon abgedreht, die doch irgendwie hat dann die Kamera aufgehört zu filmen und die beste Stelle dann verpasst. Also werden wir das jetzt nach ein paar Tagen nochmal machen und ja, also heute. Und ja, ihr kennt die vielleicht schon aus den, die beiden hier aus der Zim-Challenge, wenn ihr die angeguckt habt. Ähm, Paulina und Lucy. Genau. Ähm, ja, dann fangen wir mal an. Ja, sie schminkt mich blind. Wir haben hier so ein paar Sachen, hier so Pinseln. Geht das so? Ja, noch hier so ein paar Sachen, so und noch mehr natürlich. Und Lucy ist die Assistentin und ich werde geschminkt sozusagen. Geht's? Ja, ja, klar. Okay, dann, ähm, gut, dann fang ich an, okay? Ja, was würdest du denn gerne als erstes? Make-up. Ja, ach ja, das ist von Essence Safttouch Mousse. In der Farbe 04 matt... Irgendwas ist weggelassen. Okay. Ich bin nicht so klein. Hier war das grad dein Mund. Ja, leider. Lucy? Verrägt mich. Ach, es fängt schon an! Fängt schon an! Mann, Lucy! Oh, jetzt hast du das alles mit deinen Fingern. Oh, voll gezogen! So, du willst ja nicht aussehen. Wie? Haha, sag mir mal nicht zu laut hier. Nee! Kann ja sein, dass sie dann irgendwie da drückt. Also noch, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr? Noch ein bisschen mehr? Ja. Noch ein bisschen? Okay. Äh, ich hab das alles unter den Nagel, gell? Uah! Oh! Oh! Du hast ja auch noch die Mose. Scheiße, voll ins Auge! Das ist schön! Okay, und was dann? Was? Mit was dann? Hm. Deine Hände sind die geilsten. Lass die meine Decke behalten. Wenn ich mir angucken, sehen aus wie von... Also, und? Das sieht so auf fast leer. Schau! Und ich seh so aus. Dann geben wir jetzt den Augen-Concealer da. Oder was das war? Was waren das? Diesen Augen-Concealer. Ah, den da! Das ist von Essence I Love Stage. Eyeshadow Base eigentlich. Aber ja, nehmen wir es als Concealer. Concealer. Oh, Lucy ist dein Job. Ja. Also, ich... ...tauere mal ein. Schönes Teil. Ja! Hallo! Ja, das passt jetzt! Warte jetzt so lange. Nein! Nein! Zeit! Wo sind deine Augen... Deine Nase? Ich trau mal. Oh! Oh Mann! Ah ja, das fühlt sich gut an. Das ist gut. Das müssen deine Augen sein. Ja. Ja, da sind wir dran. Okay, dann... Ähm... Ja. Warte! Das war mein Finger. Entschuldigung. Dann gib mir jetzt mal... Was willst du denn? Blush! 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 Magst du... Der ist wieder von Essence. Also, wir haben zwei. Magst du... Ne, nicht den mit den mehreren Farben. Okay, also den einen Farben. Boah, da könnte auch ein bisschen Bräume sein. Und den Pinsel. Ja, genau. Ja. Ja, die ist ja... Boah... Reichlich, ne? Ja, die macht's auch so. Mhm. Ja, ja! Stille! Versuch! So. Gut. Dann... Ja. Wimpern... Wimperntusche. Jetzt schon. Komm nicht zuerst... Lidschatten? Oh, stimmt. Schlimm, Lidschatten. Luzi sucht dir eine Farbe aus. Was? Also, es tut mir deine Farbe aus. Welchen soll ich denn nehmen? Welchen Farben soll? Ja. Also, wir nehmen auch mehrere Farben, weil... Okay. Gut. Ja. Go! So ungefähr... Hä? Ach, da! Okay. Lidschatten noch für das nächste Auge. Okay. So. Vielleicht noch eine andere Farbe, oder? Ja. Ja, noch irgendeine andere Farbe, die du nicht dazu hast. Boah! Volle! Volle! Erst, du musst. Scheiße, das Leben. Komm! Mal jetzt, jetzt. Da ist es. Wir müssen gleich mal hin. Da? Oh! Voll! Schau doch mal dran. Ja. Nimm mal die andere Seite da. Oh! Oh! Hä? Hä? Ich finde deinen Finger nicht. Ah! So. Jetzt. Eyeliner. Glaube ich. Spitze oder irgendwas. Hä? Hä? Wo ist die denn? Ja. Das andere ist nämlich so. Da. 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 Okay. Augen auf oder zu? Zu. Ich mach oben. Oh Gott. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh. Hast du gesehen? Ja! Ja! Knopf. Aha! Okay. Okay, jetzt kommt die Wimpertusche. Ja. Aber wir haben noch so. Ja, genau. Ja. Ja. Dann kommt der Lippenstück. Ja. Also hier ist die Wimpertusche. Ja. Da ist die Wimpertusche. Und da oben ist die Spitze. Ja. Nee, die ist jetzt da unten. Die hältst du schon mal. Kann keiner aus sein. Ja. Hä? 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 Warum geht das so? Vielleicht tun wir noch mal eintunken. Ja, tun wir noch mal. Oh, setz dich. Hä? Ja. Okay. Hä? Das ist immer wenig warm. Du musst fester aufdrücken. Ja. Ich? Ja. Du musst fester auf. Das ist fast schon so. Sorry. Ich bin nicht voll aus meiner Konzentration. Okay. Ah. Jetzt. Oh. Oh. Oh mein. Bitte. Jetzt kommt. Erstmal dieses. Drunten da. Für diese Lippen da. Das ist jetzt von Yves Rocher. Und die Wimpertusche war davor. Von der Vignade. Elegal. Elegal. Leck. Das hast du auch nicht gesagt. Elegal. Gut. so ok jetzt ein lipgloss ich glaube du musst so ein bisschen warte mal weg ok ja hast du ja irgendwie ist der so komisch wo sinds du ne ne oh scheiße so So. Oh. Oh. Das war mal so voraus. Das war gerade meine Zähne. Okay. Ähm, ich glaube ich bin fertig. Darf ich? Darf ich? Warte. Darf ich mal das abholen. So sehe ich aus. Ich will das abmachen. Ja. 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 Ich habe das abgeschraubt. Oh. Ich habe kaum mehr ein Küsschen. Aber das ist gut geworden, die Wimpern. Ja. Schau. Beim letzten Mal hast du so da unten so. Ehh du hast so einen Blau genommen als Nebenschatten. Ehh. Das war unsere Blindschminken Challenge und ich werde mich jetzt, glaube ich, erstmal abschminken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs nächste Video. Tschüss!